Jetzt Bauer Call. Ich habe noch versucht, meinen Einfluss in die hohen politischen Kreise gelten zu machen und Ihnen zu erklären, es ist blöd, wenn man Nein sagt. Einmal schon von dem Schulz vorneweg und einmal auch von dem Lindner hinterher, weil da hängt ja immer was dran und wollen wir uns das schwer machen. Ich meine, nun müssen wir die Suppe auch alle miteinander auslöffeln und privat erlebt man das auch. Was meint ihr, wie viele Jahre ich damals mit meiner Elfriede sondiert habe, bis wir zu einer Koalition gekommen sind. Und wenn ich da am Anfang Nein gesagt hätte oder sie am Ende, gut, am Ende hatte sie ja Nein gesagt, da bleibt mir eigentlich nur noch Jamaika rum. Rum. Aber um Rum ging es ja gar nicht. Also um Drumrum. Es ging ja eigentlich um Mit dabei. Egal was jetzt kommt, wird nicht besser werden. Deshalb kümmert euch nicht so sehr um die große Politik, ärgert euch nicht darüber, kümmert euch um euren Nachbarn und um eure Elfriede. Hau rin und biech nicht in. Es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Prost. Das war unser Held vom Feld. Bauer Kohl's etwas anderer Wochenrückblick.